Ich wollte dich etwas fragen und ich möchte, dass du ganz ehrlich bist, ja? Was denken die Orchestermitglieder von mir? Die halten sie für verrückt. Ich muss es irgendwie schaffen, dass das Orchester besser wird. Diese Kinder brauchen einen strengen Papa. Man soll sie nicht lieben, man soll sie respektieren. Ei, madre! Ja, sie ist wunderschön. Das ist sie. Wunderschön. Ich zeige dir mein Mexiko. Du kannst kein Gerede brauchen, glaub mir. Wie ist das gemeint? Das war nur ein Traum in Mexiko, sonst nichts. Nein, es war mehr als das. Wir sind Musiker. Ihr wart immer für mich da. Hier bin ich zu Hause. Das ist unsere Welt. Das ist unsere Welt. Bis zum nächsten Mal. Tunis